Soho! Willkommen bei meinem nächsten Let's Play Smackdown vs. Wars 2010. Ja, ich bin ein sehr großer Wrestling-Fan und deshalb freue ich mich sehr dieses Spiel zu Let's Playen. Hier sind gerade, ich habe es jetzt gerade auf einem anderen PS3 gestartet, das heißt alles ist neu da. Und auf jeden Fall, ich werde die World to WrestleMania-Modus nehmen, der Story Mode. Wo ich hier so einen verschiedenen Wrestler wählen kann, äh, meinen eigenen, den zeige ich euch so nächste Woche oder so, wenn alles gut läuft. Edge, Shawn Michaels, Krieg des Brands, der Brands, entweder ist man da John Cena oder Triple H, Randy Orton oder Mickie James. Ihr seid amfangs Randy Orton neben, was für mich die coolste Storyline ist. Und ja, starten wir mal einfach und ich bin mal lieber leise hier. We dreamt of this day. It is what I aspired to be involved in since I was a child. This opportunity. This chance. This is the be-all end-all. This is what we work for. This is why we do what we do. You could immortalize yourself. It's where you build a legacy. This is where it all comes together. Welcome to WrestleMania. It's not just the night. WrestleMania is bigger than life. Welcome to the greatest sports entertainment extravaganza. Over 54,000 fans. 93,000 fans. And a worldwide television audience. There's nothing that compares when you step through that curtain. You walk on the stage and just see all those people and think, wow. It's a performer. You live for that. We work our entire careers to get to WrestleMania. That's the stage that I will be on. I'm gonna be in that ring someday. I knew one day would be my time. It's all about the desire. The heart. The soul. It's all worth it for that one night. For that one chance at WrestleMania. To steal the show at WrestleMania. It just doesn't get better than that. You can go down in history. You know at WrestleMania only the best of the best are there. My time is now. The stage is mine. It doesn't get any bigger. This is... WrestleMania. 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 Yeah. It's all about... the biggest wrestling event of the year. WrestleMania. And yeah. It's just a hammer. Let's play. I hope I can achieve it. There were a bit of problems with Trav and Camtasia. Now, I'll take my voice over. Dein Programm und werde das Aufnahmprogramm des TV ja, TV-Karten sehen Ja, ähm wenn irgendein Charakter hier was sagen wird oder die Kommentatoren Kommentatoren Ah, mein Deutsch wird heute gut Ne, auf jeden Fall wenn einer davon redet, wird das nicht vorlesen Ihr könnt selber dann in Englisch hören, sorry dass ich da geredet habe aber ich will kurz noch was erklären Ja, ich werde nichts dazu sagen Ihr könnt das selber lesen, ihr könnt Englisch lernen weil es ist unnütz, wenn ich das noch dazu rede während die da noch reden weil die Stimmenausgabe ist da sehr gut den Originalgerest Ja Also jede Stimme ist die Originalstimme des jeweiligen Wessler-Kommentators Mhm Und ja hier haben wir das Menü wir können Raum verlassen Speisern Optionen Optionen sind hier so Spieloptionen wieder Schwierigkeiten und Urtetitel und so alles Ja also wird also ok wenn es zu einfach für mich ist stellst du den Schwierigkeiten auf Legendum Soundeinstellung Super Ich habe einen Spick an Machen wir noch nicht und den Raum verlassen Ja Ihr werdet jetzt erstmal sehen wie es ankommt ob das gut packen kann Also ich hab noch nicht so ausprobiert die verschiedenen also den Ingame Sound beizubehalten und meine Stimme auf sie nehmen das alles so einzufügen Ich hoffe ich kann es schaffen Ja Ja Ihr werdet jeden Einzug Einmal standen Weil damit ihr so ein kleiner Einblick bekommen wie so ein Einzug sein kann Ja Und seit NIST so irritiert von den Nebengrößen die hier entstehen könnten denn ich bin noch bei meinem Cousin und der hat gerade einen neuen PC bekommen und ist gerade mit seinen Basteleien beschäftigt So So Die Musik Die Musik des Whistlers ist sehr wichtig für mich Also ich finde es sehr wichtig weil das den Charakter die Meme die Gestik und das Gimmick unterstützt Das Gimmick ist so Ja Charakter kann man schon sagen eigentlich Der Charakter ähm wie er ist Er kann ein Gimmick eines einen Gimmick eines Let's Players haben Hey Ich bin der Let's Player Und kann mit Mario auf einmal überall rumrennen Nein Spaß Ok das war gerade eben Wendy Orton Diesen Charakter spielen wir Und jetzt kommt der Undertaker unser Gegner zu einem World Heavyweight Championship Match Das ist einer der großen Titel Es gibt zwei große Titel Aber den World Heavyweight Championship und einmal der WWE Championship Und ja der Autor von Undertaker ist schon legendär weil er schon über 20 Jahre im Wrestling Business ist Unglaublicherweise Und dann der Undertaker Und ja Er ist wirklich die Legende Schleschin also Kann ich kaum mit einer vergleichen einen Hulk Hogan oder sonst wer Als der einzige der noch etwas reißen könnte wäre Hulk Hogan von den Legenden Status her Was ich sehr interessant finde Ja ähm Was kann ich noch sagen Ich lass mal den ich muss sich so zu einspielen hier Ich hab jetzt in den paar Pausen Ich hoffe das Let's Play klappt soweit Ich sehe gerade so die Aufnahmen die beiden so also hier von A4E Sound und von meiner Stimme und ist so identisch also Ja wir hatten eine Sekunde glaube ich mehr aber das passt schon so Ja Ich werde jeden Ich werde auf jeden Fall jeden Modus jeden Wrestler von der World to Wrestling Mania Mania spielen Boah jetzt reden wir uns hier wieder um Kopf und Kragen Und ja Ja Wird jetzt am Anfang viel erklären und so weiter Die Matches werden so ablaufen dass es die Moves nenne Meistens werde viel von meinem Leben erzählen was der Wrestler so für wie er so jetzt drauf ist und so weiter Ich werde euch das Wrestling ein bisschen näher bringen Ich hoffe ich bin damit ein paar Wrestling Fans Ja Ja Starten wir mal das Match So Wir können rennen Wir können die normalen Schlagattacken so Wir können treten Wir können aber auch ähm mit rennen eine andere Schlagattacke Wir können Griffen Griffen wie zum Beispiel Jetzt machen wir ein Double Accent auf seinen Brücken Hier machen wir ein Armwag Das ist ein Wann Das ist ein Wann Das ist ein